Hallo und herzlich willkommen meine lieben Freunde zu der Happy Wheels what the hell alter Skittlash verlös ich sag's ja schon mal direkt ne ich muss erst noch ins Bild klicken Dad ja mein Sohn Dad was machst du da ich weiß es nicht mein Sohn wir sind das ist so PewDiePie ich bin doch eh tot das muss ich noch mal machen ja irre ich hab da schon fünfmal irre gedrückt was hier los ach wenn der Call of the Screen changes don't move ah ah ich darf also gar nicht moving okay Dad wir brauchen keinen Drogen oh so und doch hier geht's nicht in die Schule aber er hat sich doch gar nicht verändert hat ich mach hier voll wheelie oh ich kauf gerne Drogen oh wow what the fuck oh wir sind der Candyland Dad das ist Candyland was Candyland kannst du nicht Candyland nein Dad das ist schön jetzt ist viel schöner als in der Schule ja du mein so ne komische Schule Dad du kannst nicht die Häuser von den kleinen Kobolden Kappen oh doch das kann ich Dad what the fuck der Pilz Dad oh Gott gerade noch mal zurück oh Gott WTF Hallo Dad Dad was war das der Clown hat mir Angst gemacht so du darfst nicht immer so Angst haben von irgendwelchen Clowns Dad was war das von der komische Tussi das weiß ich nicht mein Sohn oh da war was oh Sohn Was ist los Sohn Sohn wo bist du denn ach ich hör gerne so rum ah da hat der Sohn wohl ein wenig Halsschmerzen bekommt ja was ist oh Gott Was zuhöl denn was zuhöl denn was zuhöl denn was zuhöl denn Ya schon gut ist schon ok Och könnt ihr mich mal noch Lassen ja scheiß Wiese das gibt's ja kein Oh, die drücken... Nein, die drücken zu. What the fuck? What the fuck? Nein, das mache ich nicht. Das dauert nichts. Wir machen lieber einen Epic... Wieso fällt der denn immer runter? Ich will nicht runterfallen. Wie kann man das denn bitte, dass der da runterfällt? Wow. Der hat... Der hat macht den Battle Run für mich. Ich mache den Battle Run für uns. Kiddo. Oh, ja. Oh, wie ich es ohne. Seht ihr das? Seht ihr das? Und noch Holzer fest. X-Wing Attack. Na, das glaube ich jetzt. Oh, meint ich Slow Motion. Da können wir wieder irgendwelchen Sachen ausweichen. Dad! Moment. Dad! Ja, ja. Frontflap. Oh nein, ja. Oh, wie geil. Ich habe ihn zurückgekleidert. Moment, jetzt muss ich nochmal gucken. So, und hoch. Und den. Scheiße. Ich habe ihn voll erwischt. So, er darf nicht getroffen werden. Au. Ich muss die blocken. Aber ich lebe noch. Nee, ich lebe nicht mehr. Ich muss festhalten. Scheiße. Wie kann ich ihn denn festhalten? Ich lasse dich. Neo. Ah, voll ins Genick. Und der trefft ihn noch. Oh. Warte mal. Ich wollte schon was sehen. Das gibt es doch nicht. Beide voll in den Kopf. Aber wir machen das so. Schön ausgewiesen. Auf jeden Fall, beiden. Ey, das gibt es doch nicht. Diese blöde Machete. Ich reise zu schnell. Wieder so ganz langsam. Oh, nein. Aber ich muss vielleicht die Machete einfach kicken. Verstehen Sie? Ja, so läuft das. So muss das laufen. Ich habe ihn gesaved. Ja. Optimal. Optimal. Genauso muss das laufen. Waste to die. Ein Obstacle-Course. Yes, bitches. Oh Gott. 3D-Obstacle. Dad? Ja? Dad, wieso ist hier alles so dreidimensional und wir nur zweidimensional? Na ja, so und das, äh... Oh, Backflap. Oh, oh, what the fuck. Dad? Kannst du dich mal ordentlich hinsetzen, bitte? Was ist das jetzt? Sitz jetzt ordentlich? Nein, ich bin runtergefallen. So und... Dad? Du kannst gar nicht mehr reden. Oh, mein Darm. Mein Darm. Mein Darm tut so viel. Frontflap. Frontflap. Double. Front. Oh. Oh, ja, jetzt bin ich endlich den scheiß Kindersitz los. Was ist das für ein Knob da? Oh, oh. Ach so, da muss ich zurück. Der Pfeil. Oh, what the fuck. Ja. Ja, ich mach das Fahrzeug. Ah, da muss ich runter. Ah, da sitzt ja auch der Kindersitz. Das ist... Oh, hör auf. Au. Ja. Das ist geil. Dad, nicht schon wieder. Doch. Front, really. Front. Oh, oh, oh. Oh, like a boss. Mm. Front, backflips. Dad, nicht schon wieder backflips. Oh, doch. Okay, der war cool. Backflip. Nein. Au. Dad. Oh, es ist mein Tag. Heute fache ich Fahrrad. Wie ist es? Ich glaube, ich bin... Das ist so geil. Ach, jetzt... Ich rette dich, Dad. Ich baue dich wieder zusammen. Hier. Da hast du ein Stück von deinem... Ich weiß nicht. Pankreas. Ich habe überhaupt keinen Pankreas. Du hast in Biologie nicht aufgepasst. Doch, doch. Doch, doch, Dad. Oh, nein. Oh, nein. Das Fahrrad fällt. Oh, nein. Ich habe Probleme. Ich kann mich nicht halten, Dad. Irgendein Teil von deinem... Arsch... ...begehend nicht zwischen dem Fahrrad. Oh, Mann. Dad, kannst du bitte diesmal versuchen, nicht mich zwischen deinem Arsch und dem Fahrrad? Ja, ja. Frontflip. Oh, holy cow. Ne? Voll erwischt. Dad, nein. Dad. Aber so, was ist los? Was ist los? Wie habe ich denn das jetzt geschafft? Jetzt ist da nicht mehr mehr eine Harpune drin, um mich zu töten. Er versucht den doppelten geschwungenen Herunterlasser. Ja, da hat er ihn geschafft. Er klemmt sich am Herunterlasser-Podest fest, versucht das abgespreiste Arschspagat, und, ja, da haben wir es. Oh, da verliert er einen Arm. Das ist natürlich wenig Hinderlich. Äh, wenig Nutz. Äh, wenig... Äh, es ist halt nicht gut. So, da kann er sich gerade nochmal so an der Textur festhalten und stürzt in den Abgrund mit einem, äh, ganz wundervollen, doppelt gerittenen, äh, Vogelberg-Überspringer. Oh, what the fuck? Dad, nein! Oh nein, ohne den Sohn dürfen wir das nicht wahren. Ach, Dad, das ist so nett. Hals, Maul! Okay. Dad? Na? Dad? Bist du überhaupt froh, dass ich dabei bin? Ja, so, und es ist wirklich tierisch toll mit dir! Äh! Wieso habe ich das vorhin so easy-peasy geschafft und jetzt ist es immer total die Challenge irgendwie. Dad, du musst springen! Ich springe doch! Dad, pass auf! Die Kanone! Bei der Wisch. What the hell? Dad! Ja, Dad, wieso spielen wir heute eigentlich nur Karten mit uns zwei? Was? Wer spielt hier? Was? Wieso für Karten? Dad, lass mich nicht immer liegen. Halt die Schmerz. Oh, du knall. Piss auf. Dad, wir haben es geschafft! Ja, aber wir müssen jetzt noch da vorne durch. Oh, Dad, wir haben es geschafft! Dad, du... Scheiße. Puh, Dad, das war echt gut. Du bist, du bist der Größte. Ja, ich weiß. Ich kann nicht jeder, die so einen kleinen Karierter, ne? Kann nicht jeder so sein wie du. Ah, ja, wir müssen da rüber und dann macht er das Portal auf, oder? Dad, bitte lande auf den Beinen! oder auf den reifen reifen sagt nur ein fahrrad das fahrrad hat reifen dort backfab und hat er war richtig cool meine bergflits sind immer richtig cool alter diese schmerzen so weit geschafft ich glaub ich dachte mir der ein oder andere pfeil der kann dir vielleicht nicht schaden darum dachte mir jolo wie du gerade in den hapunen ausgewichten ist ja das fällt ja ich irgendwas auf nein denn dein bein ist irgendwie komisch welches bein denn jetzt genau aber ich würde mir mal ein bisschen gedanken um deine arme machen was wieso meine arme ich hab mein abends das gibt's doch nicht ich will jetzt mal diese blöde karte hier schaffen das ist echt also so cool gemacht und trotzdem pack ich es nicht da in frontflop wow das ist wahrscheinlich einkalkuliert weil immer alle da irgendwelche flips machen der hat einfach springen okay ja ja einfach springen einfach i fly like an eagle das ist ein geräusch das macht das doch das macht das beim nächsten mal immer ordentlich ja ja ich mache ich mache gleich hier ich werde gleich zeigen was ich hier so mache das da haben wir noch mal glück ab was wir du jetzt doch wieder die hapune sonst noch ich meine schon skitzel das war jetzt mal gescheit ja ja ist schon gut zurück und runter sehr gut wieso was redest du nix guter stupido ja wieso bist du auf einmal italiener jetzt bin ich der italiener jetzt habe ich nur italienes akzept ja alles okay mit dir nein nichts ist okay verdammt ja wir schaffen das nein was der hell was der helle so ja ich bin ich bin cool das war mein bekannter heftsprung und noch einen ah breakdown der hat jetzt schaffen wir es ja es wird langsam ein bisschen langweilig für die zuschauer nein lange weile gibt es bei uns nicht so auf das war irgendwie gut das hat dir irgendwie gefallen ja das glaube ich schon dass dir sowas gefällt du kleine dead ganz vorsichtig siehst du so geht das ja ja front wheelie flip oh dead bau nicht wie so ne scheiße wie beim letzten mal ich scheiße was dead fahr zu dead nein wieso blockiert das da dead fahr 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 ich fahre dead looping ich fahre den looping jawoll so weit sind wir noch nie gekommen dead dead ja dead what the fuck dead lass mich nicht zurück bitte dead wir sind so weit gekommen ich nehme dich mit ich schleife dich mit oh nein eine hebebühne oh dead dead pass auf nein dead dead der fahrstuhl dead nein dead dead du kannst überhaupt nicht mehr reden du bist auch schon lange tot ein toter dead dead ha 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 das zähle ich als gezielt das Fahrrad kommt auch noch hinterher ha 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 Bis zum nächsten Mal, ein schönes Wochenende euch allen. Ciao.